Alle Produkte von Forever haben eine riesige Anziehungskraft für unsere Kunden und das schließt uns beide ganz bestimmt mit ein. Aber es gibt ein Produkt, das hat schon fast eine eigene Gravitation. Die tiefdunkle Farbe des Produktes von außen zeigt uns schon, wie gehaltvoll dieser Saft sein muss. Wenn man ihn dann mit Wasser verdünnt, dann sieht man, dass es sich nicht um etwas Dunkles handelt, sondern um eine ganz hohe Konzentration, natürlich farbintensiver Pflanzenextrakte. Dieses Produkt bringt also im wahrsten Sinne des Wortes Farbe in ihr Leben. Es ist das Forever Pommestin mit der Artikelnummer 262. Die beiden wichtigsten Inhaltsstoffe von Forever Pommestin sind die Mangostane und der Granatapfelsaft. Dazu kommen dann Himbeerfruchtsaft, Brombeerfruchtsaft, Blaubeerfruchtsaft und der wertvolle Traubenkost. Da stammen also diese gesunden Farben her. In der Evolution hat das viel Sinn gemacht, dass unsere Augen diese Farben auch so intensiv wahrnehmen. Denn damit erkennen wir die antioxidative Power von Lebensmitteln. Oder greifen sie im Supermarkt nach den blassen Äpfeln und lassen die tiefroten liegen? Genau, das sind unsere ererbten, gesunden Reflexe. Schauen wir mal, was uns da das Pommestin noch zu bieten hat. Die Mangostane ist ein erstaunlicher Baum, der im Regenwald Thailands zu Hause ist. Hier sehen wir einmal diese köstliche und gesunde Frucht von innen. Im Anbau braucht sie weder Herbizide noch Fungizide oder gar Pestizide. Denn die Mangostane hat ihr eigenes Abwehrsystem gegen Angreifer aller Art entwickeln müssen. Die gibt es nämlich reichlich im Regenwald. Denn dort ist es warm und schwül. Eigentlich der ideale Nährboden für alles, was einer Pflanze so zur Leibe rufen kann. Die Pflanze musste also eine ganze Reihe von Abwehrmechanismen aufbauen. Ja, und wenn wir Pommestin Power trinken, profitieren wir von diesen Fähigkeiten. Dann geht man bestens gewappnet in unseren manchmal doch oft so stressigen Alltag. Eine weitere farbenstarke Zutat des Pommestin ist der Granatapfel. Er ist voller sekundärer Pflanzenstoffe und der schützende Effekt des Granatapfels war schon in der Antike bekannt. Er wurde deshalb damals schon als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Trinken Sie Pommestin Power am besten auf leerem Magen, morgens nach dem Aufstehen oder vor der Mittagspause auf der Arbeit. Ich sage ja immer, der Leistungsknick kommt nicht mit 40, sondern nachmittags um zwei. Also statt Kaffee zu trinken, gibt Pommestin ganz sanft wieder Kraft. Und bitte nicht nach 16 Uhr trinken, denn das Ganze hält schon richtig fit und irgendwann müssen wir doch mal ins Bett. Für Profisportlers, ist das wichtig. Pommestin steht auf der Kölner Liste und ist nachgewiesen dopingfrei. Das sind übrigens alle Produkte für den Sport bei Forever Living Products. Fassen wir noch einmal die Argumente für das Forever Pommestin zusammen. Es bringt Farbe in das Leben. Es stärkt unsere Abwehrkräfte, schützt uns im stressigen Alltag und bringt sanfte Energie ohne Koffein. Und es ist der perfekte extra Kick für Sportler beim Sport und in der Halbzeit.